Hallo und willkommen zurück zu Zack, Mac, Kraken und die Alien Mindbenders. Wir stehen mit der Lenny hier im Flughafengebäude von San Francisco. Die habe ich schon mal mitgenommen, die Annie, denn wir haben ja keinen Golfschläger mehr und die kann nicht Kazoo spielen, das heißt, die kommt alleine gar nicht in den Bus. Und da habe ich sie auf der letzten Fahrt schon mal mitgenommen. Und ja, wir haben gesagt, wir fliegen nochmal nach Lima, nach Peru. Aber ich glaube momentan, dass mich das doch gar nicht so weiterbringt. Ich würde jetzt erstmal eine Runde über das Bermuda-Dreieck machen, um nochmal Lotto spielen zu können. Wo ist sie? Die Cashcard? Nein, du sollst sie lesen. Denn ja, das wird bestimmt auch nochmal knapp, wenn ich noch ein paar Mal hin und her fliege. Also, zum Bermuda-Dreieck geht es über Miami. Die Info weiß ich jetzt sehr, sehr sicher. Dank, äh, ja, dem Link zum Hint-Book, den mir der Holger Richter geschickt hat. Holger, sei mir nicht böse, den Kommentar habe ich leider weggenommen, weil ich will keine externen Links in meinen Kommentaren stehen haben. Aber ich habe mir gespeichert und ich habe das Hint-Book hier im Hintergrund offen. So, Bermuda-Dreieck. Einmal Lotto spielen. Einen schlechten Witz inklusive. Einen schlechten Witz inklusive. Ne, ich schon wieder, ja. Wie immer. Hm, 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 dumm-di-dum. Also, los geht's. Einmal Auflösen des Flugzeuges. Über die Ansaugtechnik sage ich jetzt hier gar nichts. Ich kriege halt nur wieder Kommentare. So, ja, mach schon Rot-Blau, Gelb-Blau. Ich habe mir diesmal übrigens nochmal die Kombination von dem freundlichen Alien-Mitarbeiter aufgeschrieben, mit dem man direkt nach San, mit dem, mit der man direkt nach San Francisco kommt. Will ich schon wieder ins Wasser abstürzen und irgendwie da festhängen. So, klingeln wir mal schön. Hallo, mein Freund. Was denn jetzt? Was denn jetzt los? Nein! Ach, nee, oder? Ich darf die Artefakte nicht dabei haben. Oh, leck, ey. Und jetzt schon wieder. Ich hätte sie im Schrank liegen lassen sollen. Nee, jetzt werde ich ja schon wieder bescheuert. Ist ja nicht wahr. Also, Leute, da helfe ich mir jetzt mit einem ganz simplen Trick. Das tue ich mir jetzt nicht nochmal an. Ganz ehrlich. Äh, nein, 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 nein. Nicht schon wieder den gleichen Fehler machen. Also, wir haben ja eine Hilfe dabei. Die sollen mal ganz schön das Zeug nehmen, dass ich nur die Lottozahlen holen kann. Was hier alles für Fallen sind, da habe ich ja überhaupt gar nicht dran gedacht. Also, Blue Crystal, bitte, Annie. Aber du hast es, oder? Ja, okay, weil er hat gesagt, er ist Teil des Gerätes und wir wissen mittlerweile, wie man es benutzen muss. Warum soll er es ihr geben? Ja, du nimmst es ja gleich wieder. Also, ich will doch nur Geld holen. Mehr will ich doch gar nicht. Crystal Shard. Nee, nicht Newsstand. Also, GIF. Hier das. So. Ja, das wissen wir. Die passt doch gut drauf auf. Eine zweite Hälfte fehlt mir natürlich noch. Also. Ticket kaufen. Nach Miami. Was ja einigermaßen fair ist, ist, dass wenn ich in San Francisco bin, ich für knappe 400 zum Bermuda-Dreieck komme, um Lotto spielen zu können. Das heißt, solange ich 500 habe und in San Francisco bin, kriege ich neues Geld. Das sollte ich mir mal merken. Also, nächster Versuch. Wie nervig. Und? Basketball oder Bi-Playen? Was kommt? Hm? Kann man das nicht irgendwie überspringen als Basketball-Team? Na gut. Lachen wir mal mit aus Sympathie, weil es sich immer wieder Mühe gibt. Mühe bei was? Uns den heißesten und neuesten Witz der Charts irgendwie zu präsentieren? Nein. So. Jetzt einfach mal ein bisschen schneller ansaugen. Bitte. Wir haben doch nicht ewig Zeit. Und der andere Torto kann jetzt seine Farbkombination nochmal einen Ticken schneller eingeben. Da wäre ich sehr für. So. Mach schon. Ich sollte auch den Hut und die Nasenbrille mal abziehen, glaube ich. Ich bleibe. Also. Ja. Take off. Nicht turn off. Und? So. Jetzt sollte es doch bitte keine Probleme geben. Jetzt bitte nicht mehr einsperren. Und, und, und? Uh. Glück gehabt. Okay, also kein Hut, keine Nasenbrille und keine Crystals irgendwie. Fünf, sieben, sechs, neun. Einmal notieren. Und wieder weg. Und jetzt bitte, bitte mit der richtigen Kombination. die war blau, die war blau, pink. Blau, blau. gut. Hat ja doch mal was geklappt. Lotto spielen gehen. Untertitelung. Ja. Und, und. Und? Wie. 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 so geht das war das so ja so was haben wir 5 7 6 9 du wirst gewinnen okay die frage ist jetzt in der tat was mache ich denn so lange bis die kohle da ist wie viel kohle haben wir denn noch auf der cash card können wir noch was anderes machen in der zwischenzeit 4000 müssten sein geld so um den dreh 4111 damit können wir noch was machen okay also gehen wir es mal durch Miami ist geschlossen ist nur übergangsflughafen london da mit diesem elektrozaun weiß ich gerade nicht was ich machen soll ach ich gehe mal während ich laut nachdenke zum flughafen mexiko die pyramiden die wären vielleicht noch interessant wo ist casu da kathmandu ist abgeschlossen lima schiebe ich noch so was war jetzt mit seattle ne ich glaube sie hätte war zum renovieren geschlossen und bei jemmy das weiß ich jetzt gerade echt wieder nicht kairo bringt mich jetzt auch nicht weiter bleibt mexiko oder irgendwas muss doch in mexiko bei den tempeln noch gehen also lima check machen wir nicht london machen wir jetzt auch nicht mexiko ist interessant miami was war mit seattle da war das eichhörnchen und nichts weiter da brauchen wir also auch nicht hin von seattle geht es nur noch miami und nach san francisco das heißt sie hätte brauchen wir grundsätzlich nicht mehr mexiko also ist auch schön billig das machen wir jetzt ja ist die frage ob ich da nicht irgendwann auch mal any brauche die hat ja nicht viel geld auf der cash card spielt nicht lotto das heißt sie kann nicht oft und weit fliegen vielleicht ist ihre hilfe tatsächlich in mexiko wichtig so hier sind wir wo ist mein feuerzeug und wir gucken uns das jetzt mal in ruhe an hier ist eine tür hier ist wohl weiß ich nicht ganz hier ist noch eine tür eine dritte tür eine vierte tür und noch eine hier kann man sich auch nur verlaufen oder kann ich wieder an machen es ist zu heiß na danke können wir die an machen das wäre doch was na also das ist also hier ein großes labyrinth wo ist sie da ich wäre ja auch froh wenn ich nur allein schon wieder raus käme also Torch die haben farben hier die schilder ne die haben Farben hier die schilder ne was ist das denn nur ein Tunnel uff jetzt bin ich wieder rein noch raus hier wieder der hellblau gang mit den hellblauen schildern also raus wäre zumindest schon mal schön wenn ich hier nicht richtig bin lauf irgendwie im kreis kann das sein ok so ganz random ist dieses labyrinth nicht würde ich sagen aber wie komme ich noch mal raus das sieht doch gar nicht schlecht aus das ist einfach eine geduldsprobe man muss glaube ich irgendwo waren wir schon hier noch nicht waren wir hier schon ja gehen wir da rein gut so kann man sich zumindest hier mal helfen wenn man die dinge anzündet dass man weiß wo man war und wo man auch nicht war aha schau mal einer an nicht schon wieder und ich weiß noch immer nicht gut wo ist meine fernbedienung also da die funktioniert natürlich nicht und jetzt irgendwas malen aber auch das hilft mir genauso weiter wie in kairo gar nicht ich glaube ja fast dass erst die mädels auf dem maß da irgendwie ich nehme jetzt mal nur die großen tore vielleicht bringen die mich nach draußen also dass die mädels auf dem maß irgendwie weiter kommen müssen ich habe nur keine ahnung wie hier laufe ich jetzt wirklich im kreis ne ich habe mich komplett verlaufen heiliger hier waren wir noch nicht da müssen wir nicht hin ok es ist ja der schon wieder da geht es irgendwie wieder zu dem raum mit dem gelben kristall hätte ich mir das aufmalen sollen hier laufen wir auch im kreis na super wie komme ich hier denn bitte raus grün das sieht doch gut aus da war ich schon länger nicht mehr bitte 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 nein ich werde wahnsinnig ich werde wahnsinnig ich hätte mir eine karte malen sollten bestimmt ist sie auch im hint book drin aber da will ich jetzt mal nicht gucken hier waren wir nicht alles klar hier oh himmel herrgott also so schnell nicht mehr rein bevor ich nicht weiß wieso jetzt gucken wir noch mal hier oben rein ob das der gleiche tempel ist kann ich mir jetzt nicht vorstellen bitte nicht schnell wieder raus bitte nur raus nur raus nur raus nur raus ein dritter eingang oder wie muss ich noch mehr finden in dem tempel ich werde noch bekloppt und hier waren wir auch schon mal bestimmte ja warum habe ich dann vorhin mich so schwer getan einen ausgang zu finden unglaublich also ich habe auch das gefühl dass ich in mexiko auch nicht so richtig weiterkomme nein wirst du nicht zivilisation gibt es eh nicht insofern so jetzt bin ich aber durch also das ist schön wir haben eine ganze folge lang gar nichts geschafft vielleicht kann ich jetzt noch mal gucken ob meine kohle da ist geht es noch mal nach san francisco zurück geht es nochmal nach san francisco zurück ja das sieht doch gut aus 10.000 damit haben wir jetzt erstmal gutes polster aber die frage ist für mich echt in der tat wo und wie geht es jetzt hier weiter denn mir fehlt in der tat jetzt eine idee so vielen dank wir haben abkassiert ja wenn ihr eine idee habt wo es weitergeht wie es weitergeht was ich jetzt machen kann und sollte bitte lasst es mich wissen ich irre sonst ein bisschen blöd rum muss mir immer wieder geld holen weil ich es irgendwie auf flugreisen verprasse und komme kein millimeter grad weiter meine erinnerung ist komplett erloschen ab hier irgendwie ich glaube das war sie schon vorher wenn ich ganz ehrlich bin aber jetzt geht so quasi nichts mehr was sollte ich als nächstes ausprobieren muss ich doch auf dem maß irgendwie weitermachen vielleicht aber ich habe da ja auch keine möglichkeit gefunden ja das schauen wir uns einfach beim nächsten mal an vielen dank fürs zuschauen und wenn es euch gefallen hat lasst doch einfach ein däumchen mal nach oben wieder da das freut mich immer wieder riesig ne vielen dank und bis zum nächsten mal tschüss